Hallihallo, damit herzlich willkommen bei eine neue Folge und zwar, ich spiele heute ein Spiel Trango Wildlands. Das hatte ich einmal gespielt, aber noch nie aufgenommen und ja, es soll richtig interessant sein und man kann ja auch die uns erzählen, aber wie weiß ich noch nicht. Wieso? Warte mir, bis Spieltaten werden geladen. Ich habe das einmal schon gespielt. Nochmal Asia. Ich wollte es mal anspielen, das ist richtig cool. Und jetzt mache ich ein Lieder davon. Ich hoffe, es gefällt mich, wenn ich das auch nur... Der Orango. Wir werden es aber später rausfinden, wenn wir über Dinos zählen. Ich weiß es nicht, ich weiß... Erde, Jahr 2019. Ich spiele es jetzt dieses Jahr. Warte. Wähle deinen Charakter aus. Okay. 20 bauen. Büroaufmann. Büroaufmann. Frau. 20 schneider. Schneidern. Und die ist gut. 20 nahkommt. 20 nahkommt. Okay. Ich wähle mich jetzt eine von denen aus. Und zwar... Die. Ich hatte letztens mal eine andere Figur, aber diesmal spiele ich eine andere. Du bist hungrig und durstig. So bereit, was zu essen. Okay. Wer kann das... So ein großer... Los jetzt. Ich akubiere aber tausendfällig. Ich habe Hunger. Ich glaube vor... Was? Hä? Wie ist das weimerisch? Was? Ja, ich helfe dir. Ja, ich helfe ihm. Oder ihr. Oder ihr. So. Das hier hat es gefunden. Bitte. War eine schöne Verkündigung dir. Okay. Oh. Ein... Du hast eine Exklopetie. Ein Dinosaurierbuch. Vielleicht kann man aber später mit Dinosaurier zählen. Man kann hier Dinosaurier zählen angeblich. Aber wir sind ja noch ganz Anfang. Und außerdem... Wir wissen ja nicht nur... Wann. Wie und... Wann. Auf jeden Fall ist das Spiel cool. Werden wir jetzt irgendwann rausfinden, wenn wir Dinosaurier zählen möchten. Irgendwann werden wir es rausfinden. Okay. Oh. Nahrung. Eine Limonad trinken. Äh, wie? Warum kommt es dir da bekannt vor? Das ist deine Nichte, okay? Ja, man kann ja nicht wissen, ob sie noch leben, ne? Man kann ja nicht wissen, ob sie noch leben heute, ich weiß ja nicht. Was? Hä? Oh, ab der Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Achtung, Achtung, dies ist eine Notfallausdursage. Wir untersuchen momentan die Quelle der kürzlichen Turbulenzen. Bitte leiden Sie bitte so lange sitzen, das Bordpersonal steht in Kürze für Sie bereit. Bitteschön Sie die Unermähmlichkeiten. Nicht so schlimm. Oh, die nuscht sich zu, okay? Okay. Ja, kann ich gucken. Okay, kann ich machen. Schnell. Hier sind keine Menschen mehr. Oh nein. Wo sind die denn alle hin jetzt? Was ist denn los? Oh nein. Die Puppe des kleines Mädchen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das heißt nicht gut ist. Der Waggon ist leer. Das kleine Mädchen ist nirgends zu sehen. Okay. Nächsten Waggon. Okay. Was ist denn hier passiert? Warum ist hier so viel Gras? Die werden angerufen. Wir brauchen eine Schützung. Es muss einen Unfall gegeben haben. Trotz der Gefahr. Nutflachs. Okay. Holen wir es lieber. Ja, Leute. Mir ist das nicht so gute Fange. Das hat sich gerade angehört. Das wäre ein Velociraptor. Ein Dino. Ein flinker Fleischfresser. Wie ich hier gehe, Alter. Ah. Nein, nicht. Nicht so. Oh mein Gott. Es ist ein Velociraptor. Okay. Ich greife den Raptor an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind die Ranzlos Rex? Oder? Doch. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. 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 Ehlig. Ah mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wie geil Dinos. Alter. Man kann da angeblich wirklich Dinos zähmen, aber ich weiß noch nicht, wie. Oh mein Gott. Was ist das für ein Vieh, der da unten läuft? Was? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das ist aber ein riesiger Terranse aus Rex oder keine Ahnung. Wie das ist, ein Godzilla? Ist das vielleicht ein Dino, wo wir einen Zug gesehen haben? Ich weiß es gerade nicht. Boah, alter. Oh. Werte gerade jemand, der Fleisch esse von Dino? Das geht ja mal gar nicht. Terranco, Wildlands. Das Interest zu Ende. Jetzt kommt das richtige Spiel. Oh, cool. Kommen wir zum Profilend dann. Okay. Ich könnte eine indische Frau sein. Ich mache eine indische Frau. Oh, ich liebe eine indische Frau. Gib den Namen des Charakters ein. Okay. Dann machen wir mal unser Name des YouTubes. Ne. Fair. Ra. M. H. Fan. Zwei. Okay. Okay. Echt. Echt ein verbotenes Wortzeichen. Hä? Warte mal. Kann bis 20 Zeichen lang sein. Irgendwann ziehen. Okay. Machen wir mal. Sieben. Eins. Eins. Ich hoffe, dass das jetzt gar nicht geht. Okay. Okay, leider. Da müssen wir was anderes. Da müssen wir Nefair reinverschreiben. Okay. Okay. Da muss ich unbedingt meinen Namen schreiben. Äh. Angie. Angie. Okay. Okay. Moment. Oder war nein? GroKo. 97. 11. Ha. GroKo geht. Egal. Außerdem heiße ich sowieso in YouTube Nefairer. Okay. Ja. Ja. Ich heiße im Fortnite GroKo. Ja. Aber egal. Hauptsache. Wir haben jetzt einen Namen. Wir sind trotzdem noch eine Frau. Keine Sorge. Eine Frau, wo Koko heißt. Komischer Name. Ähm. Durango. Kann man das mal schnell haben? Hallo? Hat er es abgekackt? War es gerade nicht. Er ist noch am Abend. Braucht aber ziemlich lange für ein Lads Team. Hallo? Ich weiß nicht, was da gebrochen ist. Unerforschte Insel. Unbekanntes Jahr. Okay. Jetzt geht es mal hier nicht weiter. Meine Güte. Hallo? Och. Äh. Hör auf, mich abzulecken. Lass mich. Ich hab mich da lieb, ey. Gut gemacht, Pia. Wir sind wohl gerade noch Rechtszeit gekommen. Ein wenig Erste Hilfe sollt genügen. Na dann. Eins, zwei, drei, vier. Langsam geht es doch. Oh Gott. Wo bin ich? Oh, mein Kopf, mein Schädel. Du weißt, wie du weißt. Ja. Oh. Komm, mit dir an, wer ich bin. Na, dein Retter, natürlich. Flip jetzt nicht aus. Nein, ich bin halt ganz ruhig. Aber dein Traum ist weg. Film mal. Oh, du lebt hast. Die Sorte ist Geschichte. Was? Junge, ich will nicht. Ja, ich hab ihn noch. Okay. Okay. Ah, okay. Tasche. Müßriegel. Mm, nom, 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 nom. Mm, so süß. Okay, let's cover the basics. You're on an island, and Cora, to be exact. And it's no place for new survivors like you. That's why we're building a raft on the Northeast Shore. Okay. Ja, natürlich. We should be able to do it. Okay. 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 Okay, cool. Okay. das ist eine frau auf dem motorrad und ich soll dem hund folgen ist die unerforschte insel gehe nach norden trifft dich mit karstein stand oh mein gott junge kannst du mich hören gut geh einfach weiter gestimmt und der kinder weg auch süßer wie süß die mädchen was seid denn für ihr so kleine süße wie süß ja mädchen brauchst mir nicht alles erzählen du hättest mir auch was geben können nur ein müßregel toll mit was soll ich denn leben ja soll ich essen stufe 2 ok dann wäsche ich mich mal es ist nämlich egal ob es giftig ist hauptsache man muss was trinken hier in diesem heißen ort das ist einfach so schön hier oh gottche wie süß hallo hallo oh wie süß die sind hier einfach so niedlich oh mein gott hallo mama brachiosaurus oh mein gott hallo mama brachiosaurus noch einer pappies brachiosaurus ja ich weiß ich weiß ein wundervolles lecker okay okay ich muss hier hoch haa man und zum dritten weg zum arbeitsmesser zu holen mädel mädel du hättest mir auch ein stein können geben und dann könnte ich daraus ein messer machen aber jetzt muss ich doch die sachen hier alles suchen ja wohin bin ich gelandet in der wildnis natürlich stufe 3 stufe 4 schon ok jetzt sind wir schon auf stufe 4 gelandet geil so weit war ich noch gar nicht egal ist ok wenn ich die stein klingel so na sieh mal ein an du hast dein erstes werkzeug hinterher gestellt ja wundtanne nach den ersten sachen bist du bestimmt wahnsinn müde komm jetzt setz dich und zu lang und nachfällig ja ich komm ja schon ey wo ist denn ich denn müde keine ahnung wo ist denn noch voll ach da ist meine anzeige ach so erschöpfung ja ok okay hey neuling mach die augen auf oh wie ist die papagei hi ich bin charlie aber meine freunde nennen mich nur die ob misten wie wärs mit einem kurzen verlausch du bist bestimmt total fair oder ruhe dich doch ein bisschen am lager voll aus glaub mir das wirkt runter ok oh das wirkt wirklich wunder guck mal nach dem wapp sind die meisten Leute Panis dass schnell völlig erschöpft sind du musst dir deine eine energie gut einteilen wenn du hier überleben willst gehst du dir besser versuchst du mal mit den läschen das ist meine einstellung läschle dir Sorgen einfach weg aha ok die kleine sieht auf dem bild so erwachsen aus und dann sieht die da so kindisch aus keine ahnung ok ok mach ich komm Hündchen komm Hündchen äh wo ist der Hund hä hä da gib mir das hin das ist der richtige Weg wo wir hin gehen warte ey der wird schon kapitel ey nicht kapitel Level 5 ja ist er gut ich bin schon Level 5 Junge alter ich bin schon auf Level 5 Junge ja ja ok hab du Schale getroffen super dass ich deutlich du bist am Strang gehe einfach an der Küste weiter nach dem Ort ausgebe um Floss zu finden ja mach ich ich hab keine Zeit mit euch zu reden ich hab keine Zeit mit euch zu reden das ist das ist das ist ein Dino ach Leute wie Mädchen ich werde niemals Tiere töten niemals hey where are you ich bin doch da ich bin doch da flieh aus Ankora aber das Leute bevor wir das machen werde ich mal sagen wir hören jetzt aus mit dieser Folge und ähm es war nur ein Testspiel aber wenn ihr wollt dass ich noch mehr von diesen Videos mache dann schreibt mir unter Kontare wie es euch das Spiel gefällt ob ihr mehrere Folgen sehen wollt und so und das und dann sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal wieder ich gucke mal ob morgen jemand das auch gespielt hat dann tun wir dann noch den zweiten Teil davon drehen ok ok dann bis dann bis zum nächsten Mal tschau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.